So, jetzt kommt der Part von LockedLeak, ich habe lange gesucht, so 5 Minuten mindestens, jetzt habe ich wieder ein Spiel gefunden, und ja, gucken wir mal wie es läuft, ich spiele gerne einen Clan, und es werde bestimmt verlieren. Und ich mache jetzt mal einen Torwart, habe ich halt gesagt, und machen wir das auch? Was? Das ist halt auch, ich muss ja nicht die Panaden machen, eine Panade ist für mich eher als Zufall. Ich verspiele einfach, wenn ich versuche halt einfach Schüsse zu machen. Ich brauche ja noch ein Torwart für die andere Quest. Aber hier wird das glaube ich nichts werden, denn hier werden wir halt verlieren. Ich meine meine Teamspieler, meine Teammitglieder sind nicht schlecht, würde ich jetzt nicht sagen. Ah, da habt ihr das gesehen. Hammer. Boah. Aber gehen klar, da hast du keine Schnitte. Gehen klar, da hast du keine Schnitte. Da hat dir der Torwart nichts genützt. Das hat er gut gemacht. Das hat er gut gemacht. Das hat er echt gut gemacht. Das hat er echt gut gemacht. Vielen Dank. Das war's. Das war's. Wir sind leider besser wie wir, das ist leider Fakt, wir sind einfach besser wie wir, ist halt so. Aber ich hab Bauchweh, ich muss nach dem Match, muss ich glaube ich, dass wir nicht scheißen gehen. Könnte jetzt schon scheißen gehen, aber in zwei Minuten halte ich noch irgendwie aus. Schau ne, jaaaahhhhhh. Ja, nichts mehr zu machen, hat kein Boost, ich kann nicht mehr dran. Hm. Hm. Ja. Ja. Ähm. Ja. 9, 10, 15. 5, 15. Win gens rumleben, Informationsapp sana ist es geht klar. Ja, da war der mit ihnen schon aus Da war der mit ihnen schon aus Die Wirkungszeit Das war immer schlimmer, aber ich kann nicht stehen bleiben Wenn ich nicht stehen bleibe, dann, dann, da wäre ich ein Spiel geworfen Dann kriege ich die Punkte nicht Was ich da denn gewinnen Das ist ein Tor vorne, das läuft gut Aua Oh ja So Leute, das war's Bis zum nächsten Mal nicht vergessen Und sie immer kommentieren Teilnehmig Abonnieren Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal